Hallo meine Freunde und somit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ark Paradise. Ja, ihr seht es schon richtig, mein Bart ist ab und die Haare sind ab. Es ist auch diesmal eine andere Farbe. Die Klamotten habe ich gedacht, behalten wir einfach mal an, sehen doch schick aus oder nicht. Ja, und im Hintergrund, ich weiß nicht woran es liegt, aber auf jeden Fall ist mein Dodo weg. Ich weiß wirklich nicht, wo der ist. Kann ich das auch angucken? Hier, Dodorex wurde getamt, aber... Oh, mein Harry Hopper ist gestorben. Hups, was der denn? Ist aber egal, wie gesagt, mein Dodorex ist weg. Ich habe zumindest gedacht, okay, kann sein, dass Tidu ihn versteckt hat, aber... Ihr seht ja schon selbst, he's gone. Ne, hier oben sind mal ein paar Flugdinger. Kann ich euch zeigen? Da, das war's. Oh, hier mein Boost Bug ist auch noch da. Ja, schade, 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 schade. Aber wie gesagt, der diente halt eh nur zur Deko. Vielleicht ist er auch durch die Welt gebackt, keine Ahnung. Ähm, oder verschwindet er irgendwann nach der Zeit, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wir sind natürlich jetzt wieder auf der Suche, so wie immer. Versuchen etwas Schönes zu... Oh, Schönes zu tame. Streit die Sonne. Nein, schätzt beiseite. Wie gesagt, wir suchen jetzt etwas Schönes wieder und dann kennt ihr mich. See you later. So, Leute, ihr wundert euch sicherlich, warum meine Figur keine Klamotten mehr trägt. Ganz einfach. Und zwar... Ah, nicht der. Nicht der. Der hier. Das kleine Scheiß-Ding habe ich vorhin übersehen. Leider. Vor allem das Ding hat Level 384. Ähm. Ich... Vor allem ein Guardian. Das heißt, ich baue unten. Er hat mich gebissen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Das heißt, ich konnte mich nur noch... Weg-Teleportieren. Aber ich wollte es halt ausprobieren. Bin abgestiegen und somit halt auch verreckt. Naja, aber war ja klar, ne? Ähm, den kleinen Dracker können wir höchstwahrscheinlich ja eh nicht tamen. Was ist das? Yuti? Aber die sieht so schön aus. Oh, das wollen wir uns mal angucken. Ich glaube, der läuft mir noch immer hinterher. Okay, doch nicht. Ah. Das ist so ein Gable. Aha. Wie viel hast du denn eigentlich? Von... Was... Was ist das denn? Ah, okay. Ein schwarzer Griffel, nur. Alter. Okay, der hat mir ein bisschen zu viel. Passt schon. Wir gehen hier aber trotzdem erstmal weiter. Ähm, wie gesagt, wir wollen ja etwas vermitteln. Was? Ach, nein. Yuti. Yuti, warum? Och, okay. Das ist... Das Gute ist, wir fliegen gegen eine Wand, ne? So, ein paar Sekunden noch. Ah, scheiße. Ganz vergessen, dass das passiert. Hach. Vor allem bei so einer Reichweite. Krass eigentlich. So, wir können uns wieder bewegen. Ähm, das heißt, den lasse ich erstmal in Ruhe. Wir haben ja schon einen. Die anderen sind später dran. Alter, Mann, hier läuft... Oh, nice. Vor allem, guckt es euch mal an, wie sich das hier alles verändert hat. Zum Positiven. Überall sind Nester. Überall sind Kakteen. Überall fliegen Federn rum. Und, und, und. Ah. Ich bin begeistert. So, Energie passt eigentlich auch. So, was haben wir hier? Komm, gib mir ein paar Geschenke. Bitte Gute. Äh. Äh, naja. Habt ihr auch selbst farmen können. Naja. Leute, wir suchen weiter. Sag mal. Was machst du denn hier? Hast du dich verlaufen? Aber du bist doch hier komplett falsch. Mammut. Level 360. Oh. Arctic Mammut. Hm. Die Frage ist nur, was fressen. Das ist wahrscheinlich kein Fleisch sein. Ähm. Der sieht aber echt nice aus, Leute. Wow. Du. Was, was meinst du, Naki, so. Ja, komm. Lass uns ihn teilen. Jo. Für dich in Ordnung. Wir versuchen das einfach mal. Äh, der eh nicht so viel. So. Guck mal. Hast du schon mal Hedgehogs bekommen? Oh. Der saß, mein Junge. Der saß aber so. Der greift bestimmt auch gleich an. Oh nein. Wie süß. Er versucht zu. Oh. 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 Er versucht hinterher zu kommen. Aber keine Chance, ne. Ist ja, ist ja klar. 2,3.000 kriegt er ab. Aber ich glaube, wir versuchen das mal mit dem Speer, dass es geht eindeutig schneller. Beziehungsweise mal ein, zwei Hits oder so. Schau. Immer schön in dem Popo. Immer schön in dem Popo. Oder habe ich mich gerade verguckt? Wie viel hast du? Doch. 111. Hm. Dauert anscheinend doch ein bisschen länger. Aber du, kein Problem. Ne, das sind gute Pfeile. Das heißt, die Pfeile, die ich eigentlich besitze, reichen definitiv, um ihn zu zählen. Ja, ich glaube, ich habe 111 oder so. Sollte eigentlich ausreichen. So, und am Ende werden wir so oder so mit dem Speer wieder drauf gehen, ne. Oder vielleicht auch schon vorher. Denn wie gesagt, die Fights allein ist halt ein bisschen schwierig immer. Ne. Ihr kennt das ja selbst. Manchmal ist es auch extrem langweilig. Genauso sowas hier. Ne, zu zweit würde das schon viel, viel mehr Spaß machen. Da hätte ich gesagt, oh, ähm, wir können gerade ein bisschen langsamer gehen. Okay, das ist auch so beabsichtigt von dem Mammut. So, ein paar Sekunden noch, dann können wir wieder schneller gehen. Dann sind wir nicht mehr eingefroren. Ja, very nice. Wie viel hat er denn schon voll? Ja, guck mal hier. Wie schnell das geht. Aber hier, mit dem Speer, natürlich um einiges schneller. Ja, ne, komm, ich kann nicht den ganzen Tag warten. Ah, wir wurden gehittet. Okay, vom Schaden her ausreichend. Definitiv. Also so, dass er uns nicht töten kann. Nein, 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 nein. Falsche Richtung. Yeah. Yeah, man. Wir sind wieder im Spiel. Nagisa, komm. Nagisa, ich würde ja mal sagen, greif mal an, ne? Wie viel hat er denn? Wie viel hat er denn? Der hat genügt Energie. Ich greife ihn mal an. Wow. Hat er eigentlich Turb oder? Ja, guck mal, der hat... Oh, der hat ordentlich dazu bekommen. Hier, komm, wir greifen ihn nochmal an. Komm, gleich wird er down sein. Komm, mit dem Rest schießen wir drauf. Komm, Mamut. Wisst ihr, Nagisa ist auch für sowas sehr, sehr gut. Zum Tamen. Ah, guck mal, der läuft weg, der läuft weg, der läuft weg. Schön in den Popo. Komm, du bist der Nächste. Na, komm. Komm, ein paar Feile kriegst du noch ab. Geh ruhig down, geh ruhig down. Ja, guck mal, hier, der wird gleich down sein. Komm. Hau dich am besten nicht hier hin, dann sieht man dich nicht. Ey, Dicken, bloß nicht ins Wasser. Danke. So. Ich hoffe, du frisst ganz normale Sachen. Beziehungsweise... Ähm... Oh, hab ich doch mit, hab ich doch mit. Das schon. So, mal gucken. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Jetzt muss er halt nur noch fressen. Ähm... Und ihr kennt mich. Ich besitze ja noch so eine Taming Potion. Das heißt, aktiviere... Hunger fällt natürlich komplett runter. Und schaut es euch an. Alter. Ne, wie gesagt, wir haben genügend Bären. Aber... Stellt es euch vor, Leute. Ihr tamt so ein Vieh. Ohne einen Taming Potion. Und ihr seht ja selbst. Pro Happen. Mal gucken. 0,3%. Da könnt ihr mir nicht sagen, dass man so lange warten kann. Krass. Krass auf jeden Fall. Oh, oh. Oh, Tamarinda. Sabertooth. Hallo. Noctis. Hey, wie geht's? Wie steht's? Sag mal. Hab ich dich freigelassen? Nein, natürlich nicht. Aber ist dasselbe. Beziehungsweise der gleich. So. Er soll jetzt erstmal fressen. Schön in Ruhe. Und da wir schon mal so einen kleinen Mammut haben. Beziehungsweise wir haben schon echt viele in dieser Farbe. Werden wir halt noch gucken, ob wir irgendetwas Kleineres noch nehmen können. Guck mal, so einen haben wir ja schon. Das wäre ja nichts. So. Aber irgendetwas sagt mir, dass wir hier noch was finden werden. Naja. Bis dahin, würde ich sagen. Bis gleich. Wow. Was macht ihr denn da? Oh. Oh, das ist der Neue. Das ist der, der in der letzten Folge gestorben ist. Demo. Oh Gott, der hat Level 348. Ehrlich jetzt? Okay, was hat... Demo Dragon, okay. Ähm, der ist tot. Demo Dragon wird wahrscheinlich... Ja, Demo, Demo wird verlieren. Eindeutig. Ach du Scheiße, eindeutig. Ja. Aber den kleinen hier wäre... Ne, den gönne ich mir. Ah, komm mal her, Demo. Demo. Demo, Demo, Demo. Ich muss nicht... Oh. Hello, my friend. Hallo. Gucke mal. Achso, warte mal. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel du hast. Ne. Nein. Nein. Achso, ich gucke den Direwolf an. Boah, ich wollte gerade sagen. Jo, den kriegen wir, Leute. Den kriegen wir. Der hat echt nicht viel. Der hat echt nicht viel. Aber... Da ich gerade gesehen habe, wie viel er unser Direwolf hat... Da frage ich mich... Alter, ohne... Ohne das Pferd hätte ich das nicht... ...geschafft. What the fuck? Ach, hallo, Fledermaus. Danke. Das Ding muss ich gleich angucken. Das schwarze Viech da vorn. Krass. Komm mal her, komm mal, Fledermaus. Nein, 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 nein. Wow, heilige Scheiße. Okay, da... Oh, Alter. Oh. Okay, ähm... Was packe ich mir? Okay. Oh Gott. Was ist das? Scheiße, ich kann es nicht richtig angucken. Aber hier, die Fledermaus können wir erst mal töten. Na komm, geh down. Also, schwach war das Ding nicht. So, na, scheiße jetzt. Och nein. Männlicher Walk. Ähm, ja. Ähm, mal gucken, wer überlebt, ne? Also, einer von den beiden wird's. Die Frage ist, wer überlebt? Hey. Aber ich, ich, ich glaub, der Wolf macht ihn fertig. Ja. Oder? Ach, schwierig. Echt schwierig. Ich möchte den schwarzen, den schwarzen Wolf auf jeden Fall nicht unbedingt töten, ne? Hm. Ähm, Leute, ich glaube, ich werde erst mal abwarten. Guck mal, die, die Heinze, die... Okay. Scheiße, er wird sterben. Definitiv. Aber der hat so viele Level. Aber der hat nur 11.000. Warte mal. Vielleicht kann ich ja... Na los, komm. Na, komm. Ah. Ich, ich... Nein. Nein! Da war es. Da war es. Wo ist mein Walk? Walk? Walk, 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 walk. Ich muss ihn hitten. Ohne, dass der Raptor es mitbekommt. Ah, guck mal, da ist er. Locken wir ihn mal weg, ja? Ah, jetzt kommt der Walk hinterher. Aber ich glaube, der Walk ist schneller. Mal gucken. Das... Alter, sieht der krankhaft aus. Boah, du stirbst gleich, Alter. Kann ich gar nicht abknallt, Dicken. Bist eh gleich tot. Da kann ich leider nichts angucken. Okay, 81.000, zeigt er mir gerade an. Ähm, ich hau mal kurz ab. Oh, hallo, Giga. Lang nichts mehr voneinander gehört hier, ne? 218. Na, später, Dicken. Später. Ach, guck mal unter mir. Ich bin echt begehrt hier, ne? Muss ich ja mal sagen. So, aber wo bist du? Alter, was? Ach, da unten. Ich wollte schon gerade sagen, was macht denn diese komischen Geräusche? So. Nein, 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 nein. So. Danke. Er heizt sich nicht. Oder zumindest zu langsam. Wenn der doch Hits von mir kassiert, dann war es das doch eh. War es ein Treffer? Nein. Ja, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Hm. Ich hätte ihn jetzt auch gern gehittet mit meinem Wolf, aber das wäre keine gute Sache. Dann würde er jämmerlich verrägern. Warte mal, hat er Schaden passiert dadurch? Muss er ja. Ja, scheiße. Leute, ich glaube, der wird es nicht. Nee, der wird es nicht. Scheiße. Guckt es euch an. Der wird jetzt elendig krepieren. Mann, dabei sieht der so schön aus, ne? Äh, wie viel hat er denn noch? Okay. Komm, wir schaffen den. Wir schaffen den schon, Leute. Weißt du, wenn er wenigstens angreifen würde und dadurch Heal kriegen würde, ne? Oh, wäre das nice. Schieße ich gerade meinen, meinen eigenen... Nee, ich wollte schon gerade sagen, ich schieße doch nicht meinen eigenen Hund ab hier. So, sehr schön. Das sind immer gute Hits. Immer gute Hits. Aber er darf er dennoch nicht... Ja, Leute. Schwierig. Er hat auf jeden Fall, wie gesagt, nicht viel. Er muss sich ab und zu mal nur heilen. Ab und zu mal nur. Scheiße. Der... Er muss sich halt... Ich muss den irgendwie kriegen, Leute. Wenn ich mir das Speer drauf haue, kriegt der dadurch Schaden ab? Ich weiß es nicht. Wir versuchen es einfach mal. Nein. Nein. Ah, fuck. Wow. Oh, oh, oh. Nagisa, Nagisa, Nagisa. Wow. Fledermaus. Sagen sie mal. Komm mal hier. Scheiße, wa? Scheiße, wa? Ja, mir geht es genauso scheiße. Fuck. Ja, Leute. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Ähm, warte mal. Wo war denn eigentlich mein Mammut? Ähm. Ähm. Geiler Spino. Ähm. Achso, warte. Ich kann ja mal gucken, wie weit der schon ist. Äh, wieso? Achso, ich habe auf K. Äh. Okay. Wir müssen da lang. Dann wird er hier irgendwo. Steht er schon? Oh, Leute. Ich glaube, er steht schon. Nicht. Okay. Aber wie weit bist du denn? Wir gucken uns mal gleich den Spino an. So, der hat 48. Wie viel Hunger hat er noch? Oh, Headset erstmal richten. Ja, okay. Sehr schön. Den bekommen wir gleich. So, Spino, wo warst du? Ich möchte dich gerne mal betrachten. Wo ist er? Der war hier irgendwo links, gell? Ja, ich glaube, der war links. Ja, guck mal hier. Dreadful Spino. Aha. Sieht wunderschön aus. Aber dennoch zu schwach für unseren... Für unsere Spinos. Was soll man machen, ne? So, lasst uns weitersuchen. Etwas Kleines müssen wir noch tamen. Oh, 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 oh. Alter, ups. Da bin ich gerade, äh, falsch durchgeflogen, würde ich mal sagen. Äh, der Giga läuft uns hinterher. Äh, aber nicht stimmt. Wir weichen den ganzen aus und gut ist. Ach, Leute. Was sagt ihr denn zu den kleinen hier vorn? Die können wir doch mal tamen. Diese... Gigant... Was? Giant Spinosaurus. Hä? Die kleinen hier vorn? Äh, ich glaube, es ist einfach zu spät. Ich lese falsch. Weg da. So, wie viel Level habt ihr denn? Doch. Die heißen echt so. Der hat Level 104, 144. Der andere hatte... 324. Und der hat... Okay, der hier wird es. Ähm, ich würde sagen... Ja, komm, den schießen wir ab. Okay. Okay, da ist ein Giga. Das heißt, ich muss... Das heißt, ich muss... Den kleinen Thames... Und weg hier. Ja, ja, komm... Ihr kommt mir so oder so nicht hinterher. Oh, wer von euch trägt jetzt den Pfeil in sich? Ach, scheiße. Okay, ich glaube, ich muss die anderen töten. 204. Da hinten ist er. Komm. Put, 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 put. Na, komm. Ja, hier sind wir, my friend. Genau. Komm mal, hier werden wir jetzt rumspielen. Du wirst so oder so von mir getampet werden. Ich habe zwar keine Karotten mit, aber... Hä, du bist doch nicht schon down, oder? Oh. Komm, komm mal mit. Äh, komm mal mit, komm mal mit. Psst, psst, psst. Ich muss den weglocken, Alter. Oder was weiß ich. Spino. Äh, Spino, sag ich schon. Äh, Giga. Hör auf. Giga, nein. Giga, nein. Puh, heilige Scheiße. Da würde ich mich gerade echt mit dem Fatschen anlegen. Jo. Ähm, ich würde sagen, die Dinger werden es auch nicht. Scheiße. Fuck. Hat er ihn jetzt gekillt? Ja, muss er ja. Ja. Naja, dann suche ich mir halt noch so einen, ne? Tschüssi. Leute. Ich weiß, was ich mit Tame. In hier. Megalosaurus. Gardier. Oh, scheiße. Nein, nein. Ich tötete dich. Ich tötete dich. Meiner macht dich fertig. Fuck. Alter. Fuck. Fuck. Ja. Du. Alles ist okay. Ist ja nicht so, dass das hier alles viel zu stark ist. So, aber ich muss. Wie viel Energie hat er? Ich muss mal gucken, wie viel Energie hat er. Okay, genügend Energie. Denn ich muss definitiv mit einer Gieser draufhauen. Das heißt, ich werde jetzt einmal draufhauen. Und danach geht's weiter. Wie viel, wie viel Topo hast du bekommen? Das Gute ist, da er eh so langsam ist. Ihr kennt es ja. Da ist Takis. Ich denke hier, ich werde dich betäuben. Boah, der Typ. Boah, der Typ ist schadend zu, ey. Ja, guck mal, die Hälfte hat er schon. Ich muss auch passen. Mein, äh, Wolf stirbt. Wow. Also, wie gesagt, ich fähre mit den Kleinen jetzt. Auf jeden Fall. Ähm, denn, was kann ich hin? Welcher Folge ich mir den getamed habe? Ja, komm, den, den kriegen wir. Das war eigentlich schon das zweite oder dritte. Oh, ja, guck mal hier. Ich glaube, rechtsklick ist definitiv stärker. Ähm, in der ersten oder zweiten Folge, also recht früh eigentlich, habe ich mir so einen Typen auch geangelt. Geangelt sag ich schon. Ähm, ja. So, erstmal geht das hier runter. War auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend, da die Server irgendwann mal nicht so richtig mehr funktioniert haben. Und, und, und. Muss ich den immer wieder von dem einen Fleck zum anderen Fleck hinbringen. Aber, ich habe ihn endlich wieder. Ich habe die Dinger auch noch nicht so oft gesehen hier auf dieser Map. Ich wusste zwar, wo welche sind, aber... Nicht gesehen. Aber jetzt ist es mal wieder so weit. Alter, wenn ich mir bedenke, wie oft das Ding gefressen muss, und wie lange ich gewartet habe, bis das andere Viech fertig war mit dem Tail. Also, da kann ich echt froh sein. Naja, Freunde. Dann würde ich, dann würde ich sagen, solange er noch nicht fertig gefressen hat. Bis gleich. Ja, guck mal, Leute. Er ist fertig. Was sagt sie zu dem? Wir können den Megalosaurus natürlich schon reiten, aber er ist sehr, sehr langsam. Aber hier, passt mal auf, wie schön das aussieht. Jetzt machst du... Das war gerade rechtsklick. Das war linksklick. Und das ist C. Wunderschön. I love it. X haben wir natürlich nichts. Aber... Wir müssen ihn natürlich nach Hause schicken. Wie gesagt... Der schlägt sich jetzt erstmal so oder so schlafen. Das passt alles. Wir müssen aber jetzt zum Mammut. Komm. Zeig die Map. Ist gleich nebenan. Sehr schön. So, wo liegt der denn? Wo liegt denn der kleine Racker? Was? Irgendwo hier... Ah, guck mal, da ist er. Yo, er steht schon. Nice. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Können wir dich schon reiten? Ah, natürlich nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt gemeinsam nach Hause. Bist du bereit? Oh, sei froh, dass ich dich nicht töten kann. Was? Ja, komm, bleib... Bleib das Ding halt stehen. Weiter geht's. Ja, lass dich stehen. Ach, da sind wir wieder. Boah, war das eine lange Reise. Meint ihr nicht? Ähm, darf ich mal bitte vorbei? Danke. Achso, mein Pony ist auch noch da. So, du bleibst jetzt mal bitte da stehen. So, Pony, komm zu mir, please. So, der kann da bleiben. So, oh. Oh, ich glaube, den lasse ich hier so liegen. Oh, Gott. Du, schlaf ruhig weiter. Kein Problem. So. Und du... Ach, du, ganz ehrlich, bleib hier einfach stehen. Ja, meine Freunde, das war's wieder mit einer weiteren Folge Ark Paradise. Wir haben jetzt einen Guardian Megalosaurus getamt und einen Arctic Mammut. Wunderschön. Wunderschön das Ding. In der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall für den kleinen Sattel bauen. Wie gesagt, wir benötigen jetzt mal wieder Namen. Ne? Also, muss auf jeden Fall schon irgendwas mit Arctic zu tun haben. Alter, seht ihr das? Seht ihr die Haare? Alter. Durchströmt von Energie. Oder die Kälte. Ja. Und unsere kleine Schlafmütze hier auf jeden Fall, ne? Komm, stehen wir auf. Stehen wir auf für die anderen. Danke. Das zeig ich dir auch nochmal. Oh. Wir hängen fest. Äh, Leute, wir hängen tatsächlich fest. Wie? Ja. Ich kann keine, äh, ja. Passt schon. Passt schon. Leg dich wieder schlafen. Naja, meine Freunde. Dann würde ich sagen, falls euch die Folge natürlich gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schreibt was in den Kommentaren. Lasst mir ein Abo natürlich da, wenn ihr wollt. Und, naja, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Geile Frisur, oder? Jäbbrech. Liouisch. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020